Und da laufe ich dann so durch den Sand, na, an den Eingeborenen von Samir vorbei, na, und da sehe ich einen Erdtügel mit Loch, na, ja, und dann greife ich so mit meiner Hand in diesen Erdtügel hinein. Und da habe ich es auch schon am Schwanz gepackt. Ein echtes... Ach, nur, warum bist du denn immer so langsam? Ich hätte noch so viele lustige Tiere mit Feldauflage gehabt. Zielkröte, Schlange, Eidechse, Papagei, alles. Bis zum nächsten Mal.